Im ersten Augenblick, als ich hier die Treppe runterkam, war ich sehr beeindruckt. Erstens natürlich von der Ausrüstung und dem ganzen Ambiente. Und zweitens natürlich von der sehr, sehr netten Begrüßung durch das Personal, das für mich eigentlich so hervorragend ist. Man fühlt sich nicht als Gegenstand, sondern als Mensch behandelt. Und das war die ganze Zeit, in der ich hier war, auch so.